Auch bei diesem kleinen Fratz sind Arbeiten dran. Der kennt das auch schon mit der Schuhe. Man sieht es im Gesicht, der hat drunter ganz helle Haut. Aber zum Beispiel die Krallen nachschneiden, das geht mir um die Übung. Ganz wenige kleine Spitzen, das kennt er schon, das macht er schon richtig gut. Ihr wisst, wenn er sich beschwert, nicht aufhören, sondern einfach sanft weitermachen. Er kennt das auch mit der Bürste, findet das nicht prickelnd, aber auch das kennt ihr. Der Pudel ist einfach pflegebedürftig. Er muss auch diese Bürsten mit den Zacken kennenlernen. Wenn er quakt und meckert, einfach kurz stillhalten. Nicht drauf eingehen ist der beste Weg. Nicht übertreiben ist auch ein guter Weg. Um die Pfoten herum weitermachen und vielleicht ihm auch noch diese Zackenkämme schon mal vorstellen. Ganz sanft an wenigen Stellen. Es geht ums Handling, wenn er sogar keinen Bock mehr hat. Vom Tisch lassen, aber ansonsten nie den Moment, wenn er quakt, belohnen.